Hi, ich bin Markus von Apple und in den nächsten 15 Minuten möchte ich euch einiges über das neue iPhone 3GS erzählen. Mit seiner einzigartigen Benutzerfreundlichkeit hat das iPhone die Möglichkeiten des Mobiltelefons neu definiert. Und jetzt wird das Telefon, das die Mobilfunkwelt verändert hat, sogar noch besser. Das iPhone 3GS hat eine neue hochwertige Autofokuskamera für Videoaufnahmen, Sprachsteuerung und einen integrierten digitalen Kompass. Außerdem hat es neue Funktionen wie Cut, Copy & Paste, MMS, Spotlight-Suche und mehr. Und all das in einem schlichten, eleganten Design, das sich einfach großartig anfühlt. Lasst uns mal sehen, was Neues am iPhone 3GS, dem schnellsten, leistungsstärksten iPhone aller Zeiten. Das iPhone war schon immer ein revolutionäres Mobiltelefon, ein genialer Widescreen-iPod und ein wegweisendes Internetgerät. Das Besondere am iPhone 3GS ist seine optimierte Performance. Schauen wir uns das mal an. Das erste, was du bemerken wirst, ist wie schnell die Programme starten. Du kannst eine App öffnen, zum Homescreen zurückkehren und dann eine andere App starten. Oder über integrierte Links zwischen den Apps wechseln. Mit dem iPhone 3GS bauen sich auch Webseiten schneller auf. Texte und Grafiken erscheinen, sobald sie übertragen sind. Und doch Scrollen, Zoomen und Verschieben geht noch schneller. Verbesserte Performance und optimierte Grafikleistung bedeuten natürlich auch ein besseres Spielerlebnis. Auf dem iPhone 3GS spielen sich Games ebenso großartig, wie sie aussehen. Ob du mit Coverflow durch deine gesamte Musiksammlung blätterst oder eine der unzähligen Apps aus dem App Store benutzt, was immer du mit dem iPhone machst, es geht einfach noch schneller. Aber das iPhone 3GS ist nicht nur schneller, auch sein Akku hält länger. Das heißt, du kannst mehr Videos schauen, deine Musik länger hören, deine Lieblings-Apps länger benutzen und natürlich auch länger im Internet surfen. Fotografieren war mit dem iPhone schon immer einfach. Aber mit seiner hochwertigen 3 Megapixel Autofokus-Kamera macht das iPhone 3GS jetzt noch bessere Bilder. Ich gehe mal raus und zeige euch, wie das geht. Fotografieren mit dem iPhone ist ganz leicht. Die Kamera fokussiert automatisch auf das Objekt in der Mitte des Displays. Wenn du jetzt hier tippst, machst du ein Foto. Um auf etwas zu fokussieren, das nicht im Zentrum des Bildes liegt, berühre es einfach. Das iPhone verschiebt den Fokus sofort und passt auch Belichtung und Weißabgleich an. Und für Nahaufnahmen wie diese benutzt das iPhone automatisch die Makrofunktion, um jedes Detail einzufangen. Dieses kleine Bild zeigt mir eine Vorschau des zuletzt geschossenen Fotos. Von hier kann ich das Bild ganz einfach löschen, mit anderen Teilen oder einem meiner Kontakte zu weisen. Oder ich kann zu Film gehen und alle Fotos und Videos sehen, die ich bisher aufgenommen habe. Zusätzlich zu diesen großartigen Verbesserungen nimmt das iPhone 3GS jetzt auch Videos in fantastischer Qualität auf. Und du kannst sie sogar direkt auf dem iPhone bearbeiten. Schalte einfach auf Videokamera und du kannst Aufnahmen im Hoch- oder Querformat machen. Um aufzunehmen tippst du einfach hier. Das iPhone nimmt jetzt Video mit Audio auf. Wenn du fertig bist, tippe nochmal um die Aufnahme zu beenden. Das Video ist jetzt unter Filme gesichert. Gemeinsam mit deinen anderen Fotos und Videos. Und jetzt zeige ich euch, wie einfach es ist, am Video zu bearbeiten und mit anderen zu teilen. Tippe hier um die Bedienelemente aufzurufen. Jetzt kann ich den Teil auswählen, den ich behalten möchte. Indem ich den Finger über einen Bereich halte, erweitert sich dieser für eine präzisere Bearbeitung. Durch einen Fingertipp hier kann ich meinen Ausschnitt anschauen. Und durch Berühren von Trim werden die Änderungen gesichert. Ich kann das Video mit Freunden teilen, indem ich es per E-Mail oder MMS verschicke. Oder ich kann es von hier direkt auf MobileMe oder YouTube hochladen. Mit dem iPhone 3GS hast du jetzt immer eine großartige Foto- und Videokamera dabei. So ist es noch einfacher, die besten Momente festzuhalten, sie jederzeit und überall anzuschauen und sie mit anderen zu teilen. Anrufen war mit dem iPhone schon immer ganz einfach. Und mit der Sprachsteuerung wird es jetzt sogar noch leichter. Denn jetzt kannst du anrufen, indem du einfach deine Stimme benutzt, ohne auf das Display schauen zu müssen. Um die Sprachsteuerung zu starten, drücke und halte die Home-Taste oder halte die mittlere Taste deiner Ohrhörer gedrückt. Und nach dem Ton sagst du einfach, was du willst. Ruf Christian Bauer an. Anrufen Christian Bauer. Die Sprachsteuerung findet jeden Kontakt im Adressbuch und kann jede seiner Nummern wählen. Ich kann eine Nummer aber auch so wählen. Wähl 0160-917-19-120. Anrufen 0160-917-19-120. Und die Sprachsteuerung funktioniert nicht nur mit Anrufen. Ich kann damit auch den integrierten iPod steuern. Spiellieder von Cassandra Steen. Sie hören Titel von Cassandra Steen und Adel Tawil. Spielwiedergabeliste Favoriten. Sie hören Wiedergabeliste Favoriten. Ich kann auf diese Weise die Musik anhalten, zum nächsten Lied springen und die Zufallswiedergabe aktivieren. Ich kann sogar fragen, was gerade läuft. Welches Lied ist das? Sie hören der letzte große Wahl von Tomte. Wenn ich ein Lied mag, kann ich das iPhone eine Genius-Wiedergabeliste erstellen lassen, die auf dem Song basiert. Spiel ähnliche Songs. Sie hören Teenies-Wiedergabeliste der letzte große Wahl Tomte. Eine weitere großartige Funktion des iPhone 3GS ist der integrierte digitale Kompass. Wenn du hier tippst, öffnet sich die neue Kompass-App. Wie ein magnetischer Nadelkompass zeigt er mir sofort, in welche Richtung ich mich bewege und dreht sich, sobald ich die Richtung ändere. Hier kann ich zwischen geografisch Nord und magnetisch Nord wechseln. Die Kompass-App nutzt übrigens auch das im iPhone integrierte GPS, um die Koordinaten meines aktuellen Standorts darzustellen. Der digitale Kompass macht sogar das Programm Karten noch besser. Denn jetzt erkennt das iPhone, in welche Richtung ich schaue und richtet die Karte danach aus. Wenn ich in Karten einmal hier tippe, zeigt mir Karten meinen aktuellen Standort. Tippe ich noch einmal, dreht sich die Karte in die Richtung, in die ich mich bewege. Die Breite des Strahls zeigt an, wie genau die Kompass-Anzeige ist. Und dadurch, dass sich die Karte meiner Richtung anpasst, ist es jetzt noch einfacher, dem Weg zu folgen. Die Multi-Touch-Technik des iPhone macht es ganz einfach, Text und Bilder auszuschneiden, zu kopieren und wieder einzusetzen. Entweder innerhalb einer App oder auch zwischen Apps. Ich zeige mal, wie das mit einer E-Mail funktioniert. Hier habe ich eine Nachricht von Isabella mit einigen Ideen für unseren Trip nächsten Frühling. Ich kopiere die Ideen, die ich gut finde, aus der Mail und setze sie in meine Antwort ein. Ich wähle ein Wort durch Doppeltippen und ziehe dann hier, um weitere Wörter auszuwählen. Anschließend tippe ich auf Kopieren. In meiner Antwort tippe ich auf den Cursor, um die Möglichkeiten auswählen, alles und einsetzen zu erhalten. Ich wähle Einsetzen und der kopierte Text ist sofort da. So einfach ist das. Cut, Copy & Paste funktioniert auch zwischen Programmen. Ich kann also etwas von dieser Webseite kopieren, das bei unserer Reiseplanung hilft und es dann in meine E-Mail einsetzen. Ich tippe und halte meinen Finger gedrückt, um diesen Abschnitt auszuwählen. Dann erweitere ich die Markierung einfach auf dieses Bild. Anschließend gehe ich auf Kopieren. Jetzt kann ich es in meine E-Mail einsetzen und es sieht genauso aus wie im Internet. Und wenn ich dabei einen Fehler mache, kein Problem. Ich schüttel einfach, um es rückgängig zu machen.